Was ist der Buchhändler? Innerhalb der Buchhändlerbranche kursieren ja oft Geschichten, geradezu Legenden, wie Verlage entstanden sind. So sagen ja bis heute viele Buchhändler, der Goldman Verlag stammt aus einer Zeit, als Silber angebaut wurde und die Leute vom Goldman Verlag haben immer gesagt, das ist Goldman. So, genug gelacht. Über den kleinen, feinen Kass Verlag wird gesagt, so habe ich gehört, dass er von ehemaligen Synologie-Studenten, Menschen, die sich mit Japan, dem Land der Kultur der Sprache auseinandersetzen, gegründet wurde. Wenn das stimmt, dann kann ich nur sagen Chapeau, weil was diese Leute an kleinen, feinen Büchern ausgraben, ist geradezu fantastisch. Das Buch von Herrn Fujiwara, der Sonnenschirm des Terroristen, spielt in den 90er Jahren, ist auch in dieser Zeit geschrieben worden. Und es geht um einen ganz, ganz besonders daherkommenden Obdachlosen, der diese Rolle sehr bewusst gewählt hat, um unauffällig zu sein, weil er seit langem von der Polizei gesucht wird. Dann in seinem Park, wo er täglich ist, wohin die Menschen auch kennen, durchaus schätzen und respektieren, passiert etwas und er muss sich auf die Suche machen, was ist damals passiert, er muss das herausfinden und was ist heute hier im jetzten Park wirklich geschehen. Dieser Tonfall von der Sonnenschirm des Terroristen ist wie Tokio nachts etwas leiser, ist fein, poetisch, ganz musikalisch und ist ein wirklich feines Werk, wo es auch darum geht, wie stellen sich Menschen dar, was bewegen sie, wie gehen sie mit anderen Menschen um, was heißt Moral, Achtung, Ehre, also Themen, die in Japan vermutlich auch heute noch mit oder ohne Samurai durchaus an der Tagesordnung sind. Und der Clou war für mich noch, ich habe durch das Buch erfahren, wie es eine große politische Bewegung gab, vergleichbar mit Europa, den 68er-Bewegungen, so eine etwas anders geartete radikale linke Bewegung gab es eben auch in den 60er-Jahren in Japan. Und so habe ich einen außergewöhnlich feinsinnigen Roman gelesen, dazu noch quasi ein Sachbuch mit hineingebaut und das ist, da verneigt man sich. Danke.